Herzlich willkommen in der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In diesem Video erläutern wir Ihnen die Ausleihe von Medien in der Bibliothek. Da so gut wie alle Bücher frei zugänglich aufgestellt sind, nehmen Sie sich die gewünschten Medien selbst aus dem Regal und verbuchen sie an einem der Selbstverbucher. Hierzu drücken Sie an den Selbstverbuchern auf den Ausleihbutton und scannen anschließend Ihren Bibliotheksausweis bzw. PH-Card. Ihr Bibliothekskonto ist geöffnet und Sie werden aufgefordert, die auszuleihenden Medien vor das Gerät zu platzieren. Legen Sie am besten ein Buch nach dem anderen auf die Leseantenne. Es erfolgt am Bildschirm gleich die Verbuchungsbestätigung. Sie können insgesamt bis zu 50 Medien gleichzeitig ausleihen. Nachdem Sie alle Medien verbucht haben, können Sie sich einen Ausleihbeleg drucken lassen oder sich im Konto ohne Beleg abmelden. Die Leihfrist für Bücher beträgt 28 Tage, für andere Medien wie DVDs und CDs 14 Tage. Drei Leihfristverlängerungen sind möglich, sofern die Medien nicht anderweitig vorgemerkt sind. Sollten Sie zum Leihfristende die Medien nicht rechtzeitig zurückgeben oder die Frist nicht verlängern, so entstehen Säumnisgebühren. Bücher aus dem Präsenzbestand, also nicht verleihbar, oder Bücher aus dem Semesterapparat, können Sie über das Wochenende von Freitag 12 Uhr bis Montag 10 Uhr oder über Nacht ab 19 Uhr bis zum Folgetag 10 Uhr entleihen. Diese Sonderleihe lassen Sie bitte an der Servicetheke durchführen. Wenn Sie Bücher zurückgeben möchten, so können Sie diese einfach in diesen Rückgabeschlitz geben. CDs, DVDs und Bücher aus der Fernleihe geben Sie bitte direkt an der Servicetheke ab. Gerne können Sie auch unseren Rückgabeautomaten außen neben der Haupteingangstür der Bibliothek nutzen. An diesem Automaten können Sie rund um die Uhr Ihre Medien zurückgeben. Sie halten einfach ein Buch vor das Lesefeld, das Fenster öffnet sich und Sie legen langsam ein Medium nach dem anderen auf das Transportband. Eine Rückgabequittung können Sie sich auf Wunsch auch ausdrucken lassen. Nun wissen Sie das Wichtigste über die Ausleihe in der PH-Bibliothek. Wir freuen uns, wenn Sie bald zu uns kommen.